Jo, hallo ist Sierra, seit unserem letzten Video und es hat sich nichts verändert. Jo, ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock drauf, mir ging das Spiel ein bisschen auf die Eier, also die üblichen Kamellen. Jetzt mal gucken, ob es jetzt anders ist. Das ist ja eigentlich jetzt mal so eine kleine Testphase, würde ich jetzt mal beschreiben. Mal gucken, was so geht. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt alles auf dem Account habe, ich glaube es war gar nicht so viel. Ich denke mir jedes Mal, ich habe jetzt echt, ich spiele echt nur, wenn ich richtig viel Zeit habe. Vielleicht mal ein Tag ist gut, jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt am Anfang mache oder was ich später mache. Ja, das sind echt immer solche Tage. Also ich sage mal, das war den kompletten Januar eigentlich, würde ich sagen, auf jeden Fall. Genau, jetzt ist es schon der 2. Februar heute. Jetzt habe ich echt mal einen kompletten Monat, kein einziges. Und ich habe ja auch fast keine Videos hochgeladen, also. Jetzt heute vielleicht wieder eins hochladen. Ja, aber. So ein Bastard. Aber für mich reizt es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich habe ausprobiert, Far Cry Multiplayer Modus. Multiplayer Modus. Ah, da habe ich gekriegt. Ne, nur die Muschel der Hohen sind. Ha, gekriegte Opfer. Sicher Spaten, ja auf jeden Fall. Da hat sich nicht viel getan und sonst, also ich hatte jetzt auch irgendwie der Januar lief zwar ganz gut, also was jetzt meine bisherigen Videos und Klicks anging, aber ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht irgendwie was Neues aufzubauen in YouTube. Ah, da habe ich schon so viele Sachen immer wieder versucht. Also wenn der weiße Pellet dabei ist, mache ich erweitern. Es war nichts dabei. Also mache ich ja auch nicht weiter. Also, das ist jetzt mehr so ein Abschiedsvideo. Eigentlich kann man das so zu sagen. Ich werde jetzt, warte mal, ich mache ein Gewinnspiel. Ich werde mich gleich auf meinem Main-Account mal einloggen und dann werden wir mal schauen, was wir da noch drauf haben. Obwohl ich glaube, es ist eigentlich hauptsächlich Geld in Skills gegangen und Up Equipment. So, großartig, wertvolle Sachen haben wir hier gar nicht drauf. Nur sowas. Ah, okay. Schreibt einfach unter das Video drunter, was ihr haben wollt. Rack oder so. Oder andere Kippstücke. Ich glaube, auf dem anderen haben wir noch so ein paar gute Bonis drauf oder so. Oder ein paar FBs. Und ja. Schauen wir mal noch kurz in die Stadt rein, ob sich da irgendwas getan hat. Aber ich glaube es mal nicht. Da ist nicht so besonders viel passiert. Und wieso sollte da jetzt auch auf einmal viel mehr passieren, als vorher passiert ist? Vorher war es eigentlich schon gut, dass es ja war. Aber ich weiß, ich habe irgendwie Lust daran verloren. Keine Ahnung. Und die Story von Far Cry 3, die wird den meisten wahrscheinlich nicht so besonders gefallen. Ja, und ich hatte echt auch viel zu tun. Und umtan hat mir das Spielmodell von nicht so besonders gut gefallen, hier von MC2. Weil er es einfach schon tausendmal auf jedem beliebigen Server hier gespielt hat. Nee. Dann sage ich jetzt von dem Server Adieu. Und ah, ich logge mich mal noch kurz bei dem anderen ein. Oh, jetzt geht es ja nicht. So, eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Oh, das ist mein Buff. Sorry. So, jetzt sind wir bei meinem richtigen hier noch ein Chopper-Konto oder was. Gucken wir, was da noch drauf ist. Ist denn überhaupt noch was drauf ist? Ich denke, es sind keine besonders nennenswerten Sachen. Also, na, schauen, ob ich hier noch irgendein Video-Material habe, das man verwerten könnte. Nee, nicht wirklich. Was haben wir denn hier? Ah, ach, doch. Joa. Ja, ein paar Klinischkeiten. Mit dem hat es hier nie mal nie geklappt. Das weiß ich noch gut. Und jo, den Account an sich, der wird nicht verlost, weil es meine Account-Daten, die ich bei anderen Serveren auch habe, richtig noch aktive Accounts habe oder so. Ah, Selis. Drei Perlen. Drei Perlen. Wir haben ein Fach noch was auf jeden Fall. Ihr wisst jetzt Bescheid. Ähm, schreibt einfach so und so. Ich denke mal, die Nachfrage wird nicht so groß sein, jetzt, wer was jetzt hier haben möchte, auf dem Server. Es ist, ja, es sind schon einige Spielstunden, die hier drinstecken, aber wenn es einem selbst dann auch nicht unbedingt mehr so viel Spaß macht oder man den Sinn noch nicht erkennt, dann ist noch der Zeitpunkt gekommen, um sich mal was Neues zu suchen. Und jo, diesen Zeitpunkt ist jetzt gewählt und möchte mich auch verabschieden. Und sag jetzt Ciao und haut rein.